Zum Start in den fünften Spieltag in La Liga hat Ex-Dortmunder Mikel Merin Real Sociedad in doppelter Unterzahl zum Sieg geschossen. Hüsker hatte dem Treffer trotz Überzahl nichts mehr entgegenzusetzen, erlebe La Liga live und auf Abruf auf DRZN. Hol dir jetzt deinen Gratis-Monat. Am Abend waren dann Real Madrid und Atletico im Einsatz und beide Top-Klubs kamen zu Siegen. Real schlug Espanyol, während die Roli-Plancos in Getafe dank Thomas Lehmann erfolgreich waren. Zum Abschluss des Spieltages kam der FC Barcelona nicht über ein 2 zu 2 im Derby gegen Girona hinaus. Lange mussten die Katalanen dabei wegen einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters in Unterzahl spielen. FC Barcelona, FC Girona 1 zu 1, 2 zu 2 Tore, 1 zu 0 Messi, 19. 1 zu 1 Stuani, 45. 1 zu 2 Stuani, 51. 2 zu 2 Piqué, 63. Rote Karte, Lenglet, 35. Barcelona, Real Madrid, Espanyol, Barcelona 1 zu 0, 1 zu 0, Tor 1 zu 0, Asensio, 41. Der 70. Real Madrid hat am 5. Spieltag in der spanischen La Liga vorläufig die Tabellenführung übernommen. Der Champions-League-Sieger gewann ohne seinen deutschen 2014er Weltmeister Toni Kroos 1 zu 0, 1 zu 0, gegen Espanyol Barcelona. Marco Asensio sorgte in der R41. Minute nach gutem Zuspiel durch Weltfußballer-Kandidat Luka Modric mit einem Flachschuss für den Siegtreffer. Gegenüber der Punkteteilung am vergangenen Spieltag gegen Athletic Bilbao 1 zu 1 baute Trainer Juen Lopetegui die Startformation auf vier Positionen um. Neben Kroos und Daniel Kavachal, die nicht im Kader standen, mussten Angreifer Gerrit Bale und Außenverteidiger Marcelo auf der Bank Platz nehmen. Das Überraschungsteam Deportivo Alavis feierte derweil einen 5 zu 1 Kantersieg bei Rayo Vallecano und festigte den dritten Tabellenplatz hinter Madrid und Titelverteidiger FC Barcelona, der am Sonntag schon mit einem Unentschieden gegen den FC Girona wieder an den Königlichen vorbeiziehen könnte. Atletico Madrid, Borussia Dortmunds Gegner in der Champions-League-Gruppenphase, gewann durch ein Eigentor von David Soria, 14. und einen Treffer von Thomas Lehmann, 60. mit 2 zu 0 beim FC Getafe. Punkt. 0 zu 1 Tore, 0 zu 1 Soria, 14. Eigentor, 0 zu 2 Lehmann, 60. Rote Karte, Alico, 67. Getafe, Rayo Vallecano, Deportivo Alavis, 1 zu 5, 1 zu 2 Tore, 0 zu 1 Navarro, 8er, 1 zu 1 Di Thomas, 30. 1 zu 2 Ibai, 34. 1 zu 3 Caleri, 56. 1 zu 4 Ibai, 77. 1 zu 5 Burgi, 90. 5. Rote Karte, Bar, Rayo Vallecano, 35. Celta Vigo. Real Valladolid, 3 zu 3, 2 zu 1 Tore, 1 zu 0 Iago Aspas, 5. 2 zu 0 Gomes, 9. 2 zu 1 Plano, 39. 3 zu 1 Iago Aspas, 54. 3 zu 2 Onal, 65. 3 zu 3 Suarez, 90. 4. SD Eibar, CD Leganes, 1 zu 0, 0 zu 0 Tore, 1 zu 0 Kieke, 52. SD Hüske, Real Sociedad, 0 zu 1, 0 zu 0 Tor, 0 zu 1 Merino, 64. Gelb, rote Karte, Juanmi, 71. Real Sociedad, rote Karte, Theo, 82. Real Sociedad, FC Villarreal, FC Valencia, 0 zu 0, 0 zu 0, rote Karte, Pario, 58. Valencia. Betty Sevilla, Athletic, Bilbao, 2 zu 2, 0 zu 2, Tore, 0 zu 1, Williams, 7. 0 zu 2, Raul Garcia, 18. 1 zu 2, Batra, 51. 2 zu 2, Kanales, 68. Gelb, rote Karte, Sousa Eta, 45. Rote Karte, Sousa Eta, 45.